Der Seferkunde Wasser hat für die Dias und sie zu mir geklebt. Er erzählt, dass die Schaleimer abonnen haben geschickt zu den Brief und sie haben zurückgeschrieben. Der Hidor allein hat den Brief gesehen, mit dem Zimmer vom König, wo sie dann gewöhnt. Die Abonnen haben schlicht und sie geschickt und sie haben ihn zurückgeschickt. Und der Leif-Ivri, der Bakibe-Jesche Schlesinger, sich erzahlt der Klivroche und er hat das Glück. Er nimmt von sich zu sehen, was ein schwerer Bild kommt mehr, sich erzahlt der Klivroche in Huis. Und er beschreibt, wie heile, die er es gewöhnt und grüßt bis Go. Der Seferkunde Wasser bringt er auf, dass es nur 50 Jahre lang ist. Er ist in der Pflege, die Jäschelheim gekommen. Alle Rabäne mit dem Bakibe zusammengegangen sind, die sie erzählt haben, dass sie gekommen sind, die Glücklich zu erzielen. Und dass sie es aus der Schwoz, die man sich nicht mehr schlicht und schlicht und schlicht und nicht mehr. Es ist ein Schicht über die Welt. Er hat sie dort abgestellt. In der Pflege, die Bakibe-Jesche Schlesinger, die Bakibe-Jesche Schleim, die alle Gäste im Norden kommen, sie haben, 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 sie haben. Und dann, der Mashiach kommt bald zu gehen. Der Juden Vater Rabäne hat viel Wunder gewusst und sie hat es erzählt. Und heute, die Bakibe-Jesche Schleim hat es gebeten, weil es stark bis heute ist. In der Geschichte, die Bakibe-Jesche Schleim geschrieben hat, in der Protokoll, seine Gäste mit der Rabäne, die Bakibe-Jesche Schleim, die haben, die Menschen gesehen und seine Gäste gewonnen, aber so hat er gesagt, dass sie noch nicht mehr. In dem seine Gäste mit der Rabäne von Jäschleim hat, zwei Pesach-Frank, danke Möscher-Charlapp, Jitzog-Bahar, Malzahn, Schemen-Zwi-Hur-Vischtel-Mechabe von Sefer, danke Bleib in Minsk, ein Juden Leiboyabach, ein Gemäer Sonnenfeld, ein Eheor noch ein Porsche. Als so viel gewonnen hat der Waldorf, hat er gehört und alle Pläne zerstört. Die erste Möchum ist geworden, es ist unmöglich, wenn zu folgen und auch viele zu trachten von den größten Schlachten. Aber der Protokoll untergeschrieben, von der Zeit, die mir doch sicher geblieben. In Asmen hat uns das eine Idee gebracht, ihn auf Moschieren, also die Stärken im Wacht, Musmen gehen mal tracht, zu sein, in der Tamor, die Maschine zu fliehen, in den Himmel. In China weiß nicht, wo das hieß, in der Schleim, in der Schleim, in der Schleim, und in der Schleim gewiss, denn die Mehrheit wissenschaftlicher halten nur ich, aber es muss ein nicht anders, der göttliche Sachen da hoich. Und alle Maschinen haben sich in den Himmelen weisen genommen, von je nach Zeit, von der Wunderliche Jede sind in die Schleim gekommen. In ich halte ein Mentor nicht schweigen, wegen dem, es am Mitzwör erzählen, egal das Hashem, es Johef bis sofort, ich habe Schatt Johef mit dem Matri 13, die 13 Mille ist zu rach, mit einem Namen mit Sturm, mit Meissen, mit den Buren, und aber das Zählen, vor allem von kommenden Kindlich, wenn die Bäume wachsen, gebacken, mit allen Geschmacken, und der größte Glück, vor dem, die Toren, wenn wir zurücklaufen, und viele glauben in dem, es am Mitzwör zu verstehen, dass es kaum geschehen, viele mit der Natur allein, weil es vor allem Sorgen haben, schärfe drum zu gehen, weil viele Kinder alle Wunder, und beschäftigen mit dem Segel verstehen. ... Vielen Dank.